Es geht auf Weihnachten zu. Wir haben eine tolle Zeit hinter uns gehabt und so manche einer überlegt sich sicherlich, Mensch, es ist die letzte, naja, Weihnachts- oder Vorweihnachtswoche angebrochen. Sollen wir da nicht vielleicht dann doch schon Gewinne mitnehmen? Ein bisschen sieht es so aus, wenn wir den DAX auf Tagesbasis angucken, dann sehen wir, dass wir zumindest die letzten vier Tage eigentlich ausschließlich rot waren. Der heute gedroht ja auch schon rot zu werden, wenn da nicht noch großen Wunder passiert in den letzten Minuten, wird das ebenfalls so sein. Also ein bisschen Pause-Modus hat man den Eindruck, der ist beim DAX. Ja, verständlich. Die letzte eigentliche Handelswoche hat angefangen, so zwischen den Jahren. Da sind viele Institutionelle nicht mehr mit dabei und insofern ist da die Messe wahrscheinlich dann auch irgendwann gelesen, sodass der Markt vielleicht jetzt auch schon denkt, naja, komm, nehmen wir halt mit, was wir hatten. Auf Wochenbasis, ihr seht, das haben wir durchaus beim Index eine Umkehrkerze. Ein bisschen viel Tail, also völlig in Ordnung noch, aber ich habe es immer lieber, wenn da noch weniger ist. Trotz alledem, das sieht schon sehr nach Umkehr aus. Langer Tail auf der Oberseite. Das heißt, der Markt hat am Anfang der Woche noch versucht zu pushen, anschließend dann eben alles wieder abgegeben. Und das ist häufig ein Zeichen dafür, dass der Markt dreht. Und wundern würde es mich also nicht, wenn jetzt tatsächlich nach der tollen Leistung, immerhin haben wir die 17.000 von oben gesehen, also wir waren schon leicht oberhalb der 17.000er Marke. Es würde mich nicht wundern, wenn der Markt das jetzt eben nutzt, um vielleicht die nächsten Tage ein bisschen zu konsolidieren, vielleicht auch die nächsten Wochen ein bisschen zu konsolidieren. Das ist keine zwingende Ankündigung, so um die Weihnachtstage, so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wenn die ganzen Professionals nicht da sind, ist häufig der Markt so ein bisschen eigenartig unterwegs. Auch wir fahren unsere Aktivitäten in der Phase runter und denke ich mal, das werden viele andere ebenfalls tun. Und insofern wird zumindest mal großer Kaufdruck vielleicht dann nicht mehr unbedingt da sein. Naja, gut, werden wir es uns angucken. Wenn ein Rücksetzer tatsächlich erfolgt, dann wäre im Wochenschart, jetzt habe ich es eingezeichnet, so der Rücksetzer gemessen tiefster Punkt, das war noch letzte Oktoberhälfte und Hochpunkt jetzt letzte Woche, dann wäre so 38, 20er Marke, die ist bei 16.100, vielleicht sogar die 50er Marke, 15.800, vielleicht sogar die 61.800 Marke, die liegt dann schon fast in der Nähe von 15.500. Das wären so die klassischen Ziele. Naja, wenn wir den guten Mut vielleicht dann doch noch mit rüber retten, dann bleiben wir vielleicht in dem oberen Bereich, aber irgendwie was in der Richtung wäre also auch gar nicht untypisch. Also ihr seht, der DAX macht im Moment nicht so richtig die Laune für jetzt kaufen, kaufen, kaufen. Man hat den Eindruck, lieber mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Wer einen Stop hinterhergezogen hat, je nachdem, ob ihr einen engeren oder einen weiteren habt, der ist entweder bei Parabolik auf Tagesebene schon raus, den hat er mir jetzt angesprochen. Der Supertrend ist ein bisschen freigiebiger, der bleibt ja ein bisschen waagerechter, wenn es nicht mehr weitergeht. Da hätte man noch ein bisschen Punkte offen, aber so arg viel ist es dann ebenfalls nicht mehr. Wer es jetzt nicht lesen kann, 588 wäre jetzt die Marke beim DAX-Index entsprechend hier mit dem Supertrend. Bleibt es oberhalb alles safe, geht dann da drunter, freut man sich, dass man nochmal da ein bisschen Gewinnmitnahme machen konnte. Jetzt also einsteigen. Ja, das ist so eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so attraktiv. Ich habe es eben schon angedeutet, wir halten uns zurück. Jetzt noch nicht zwangsweise. Man kann diese Woche sicherlich noch in dem einen oder anderen Nutzen. Aber man sollte aufpassen, so zwischen den Jahren verhalten sich die Märkte ein bisschen anders. Viele Marktteilnehmer sind eben gar nicht da im Markt. Das heißt, die Systeme sind nicht mehr so eins zu eins am Laufen. Die Marktteilnehmer verhalten sich ein bisschen anders. Insofern, ja, da ein wenig mehr Vorsicht angesagt. Trotzdem gibt es natürlich heftige Bewegungen. Dann allerdings eher in kleinen, ja, in kleineren Zeiteinheiten wahrscheinlich dann abzulesen. Vielleicht kann man da ja dann noch entsprechend mal was nutzen. Beim DAX aktuell, wenn wir im 5-Minuten-Chart mal gucken, klar und heftig die Abwärtsbewegung. Können wir ganz kurz das im Future mal anschauen. Da sieht das Bild natürlich relativ ähnlich aus. Das ist also deutliche Rücksetzerbewegung, die wir jetzt hier haben. Und ja, dementsprechend kann man eigentlich für die bullische Seite aktuell nicht reden. Wer unbedingt möchte, der könnte natürlich versuchen, hier auf diesen Zwischenrucks nochmal einzusteigen. Passt aber bitte auf. Diese Bewegung, die wir hier haben und das, die ist auch mitgezeichnet durch den Kontraktwechsel. Wir haben ja jetzt gewechselt auf den Märzkontrakt, endlich jetzt auch beim DAX Future. Und dementsprechend ist das Bild ein bisschen ein anderes. Also wer jetzt sagt, Mensch, ist das nicht ein schöner Schub hoch, wackelig runter? Ja, irgendwie sieht das schon so aus. Aber wie gesagt, immer nochmal durch die Brille des Kontraktwechsels zu sehen. Also beim DAX, ich bin da sehr zurückhaltend. Aktuell nicht aus Berufshaftigkeit. Der DAX hat eine ganz tolle Leistung hier gebracht. Die Marktteilnehmer haben nicht aufgegeben, haben immer wieder gesagt, ach komm, wir kaufen einfach weiter. Aber jetzt ist wahrscheinlich erst mal Pause angesagt. So sieht es zumindest mal aus und kauft Druck, naja, sieht vielleicht dann doch anders aus. Das könnte zum Beispiel verglichen werden mit Amerika. Der Dow Jones beispielsweise, der hatte Druck, weiß ich nicht, aber zumindest immer noch nicht die Power nach oben hin verloren. Dort, wo der DAX nur rote Kerzen noch hatte, in den letzten vier, fünf Tagen jetzt, gab es hier quasi nur eine grüne nach der anderen. Kein Wunder, der DAX hat ja seinen Allzeithoch ein gutes Stück schon überschossen. Der Dow Jones ist da noch nicht ganz so weit vorgedrungen, aber auch jetzt natürlich klasse unterwegs. Trotzdem so ein bisschen Vortrieb. Man sieht es hier im Vier-Stunden-Chart auch hier weniger. Also die Grundüberlegung zu Weihnachten, vielleicht noch Gewinnmitnahmen und so weiter, die sind natürlich hier die gleichen. Allerdings hier noch nicht komplett die Aufgabe, aber ein bisschen Vorsicht, das Ganze zu genießen. Ich mahne da deshalb zur Vorsicht, weil das Verhalten ein bisschen untypischer ist, wenn die Marktteilnehmer wegbleiben, Systeme abgeschaltet werden, Gewinne nochmal mitgenommen werden, um dann sie notfalls neu wieder aufzubauen. Warum das Ganze mit der Gewinnmitnahme? Naja, manche einer kriegt natürlich nur seine Boni, seine Vergütung, wenn er einen Gewinn realisiert hat. Ja, Gewinn gab es ja jetzt. Nun, die Indizes sind ja ordentlich gestiegen in den letzten Wochen, aber auch, wenn ich mal ein bisschen raus scrolle, das ganze Jahr über, ich will noch kein Resümee jetzt hier ziehen, aber das ganze Jahr über hatten wir ja insgesamt einen ganz guten Anstieg. Wir erinnern uns, hier war Jahreswechsel, ich versuche es mal gerade wieder zu finden, hier an der Stelle, da die weite Teile so ein bisschen zähfließend hier, zumindest mal sind wir immer auch wieder hoch oder runter gekommen, aber gerade mit diesem Abschluss, naja, da wird der eine oder andere dann doch versucht sein zu sagen, ach komm, da nehme ich jetzt mal mit. Vielleicht überinterpretiere ich das. Aktuell im 5-Minuten-Chart sehen wir das noch nicht, zumindest mal die letzte Bewegung ist ziemlich heftig nach oben und das könnte für die Intraday-Freunde nochmal eine Versuchung sein bei korrektiven Abwärtsbewegungen. Nicht zu tief, denkt da dran, die Killer-Marke dafür ist die 78-6er-Marke, zumindest mal für uns, das könnt ihr natürlich anders sehen. Die liegt aktuell eben, also vom tiefsten Punkt zum aktuell höchsten Punkt gemessen, habe ich das richtig gemacht, jawohl, so sieht es aus, bei 37.690 beim Future jetzt gesehen. Also wenn der Kurs hier irgendwo in diese Mitte reinläuft, korrektiv, dann könnte man da durchaus nochmal einen kurzfristigen Long wagen, so ist es ja noch nicht. Aber ihr seht schon, dass so diese insgesamtige Bewegung mit diesen Rücksatzern, die wir hier ja dann doch immer wieder sehen, da ganz schön heftig, hier, hier, das ist alles. Auch hier, das versteckt sich so ein bisschen, hier war das hoch, hier ist er dann nochmal runtergefallen. Also irgendwie nach richtig, wir sind von überzeugt von der Long-Seite, sieht das jetzt auch nicht aus. Naja, so inzwischen Long könnte man dann vielleicht nochmal fahren, aber seid ein bisschen vorsichtig bei der Geschichte. Und denkt immer dran, das Jahresende spielt häufig da seine eigenen Lieder und nach dem aktuellen Geschehen würde ich durchaus sagen, das kann nach Jahresendrallye und dann entsprechender Gewinnmitnahme riechen. Na gut, also wir haben den S&P und der ist durch diese erste kleine Zielbox, die wir mal angedeutet haben, durch. Da haben wir gesagt, naja, hier liegt zumindest mal was. Eigentlich liegt das hier oben, dass wir hier noch das Allzeithoch ansteuern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so wie wir jetzt im Moment unterwegs sind, klar, das holen wir uns ja auch noch beim Future. Also insofern werden wir hier sicherlich eine relativ gute Chance haben, dass wir dann da oben nochmal reingehen. Davon kann man eigentlich ausgehen. Das liegt dann 4800 bis 4850,60, vielleicht noch ein bisschen höher. Das kann ich mir vorstellen. Aber spätestens dann, denke ich mal, werden die Leute auch sagen, komm, wir haben es gesehen, jetzt lass auch mal gut sein, nehmen wir es doch mal mit. Freuen wir uns doch mal über das, was wir bekommen haben. Aktuell also zumindest noch mal ein bisschen mehr Drang nach oben. Ihr seht auch hier immer mehr Rücksetzer, die wir da mit drin haben, aber nicht vergleichbar mit dem, was der Deutsche Rund hat. Er tut sich da ja doch ganz schön schwer. Kein Wunder, denn die haben es ja schon gesehen, die S&Pler noch nicht ganz. Beim Nasdaq sieht es grundsätzlich ähnlicher aus. Der große Vergleich zwischen diesen ist ja relativ naheliegend, S&P und Nasdaq. Also hier jetzt gerade noch so die Feierlichkeiten mit den neuen Hochs, hier zumindest mal beim Future jetzt hier für eine Anzeige. Aktuell jetzt auch nochmal das Ganze gesehen. Und ja, relativ realistische Chancen, vielleicht auch noch ein bisschen für einen zusätzlichen Anstieg. Aber wie gesagt, rechnet man in der Gewinnmitnahme. Die muss nicht unbedingt ewig tief gehen, könnte aber. Denn eins darf ich nicht vergessen, das werde ich sicherlich nochmal in einem Extra-Video auffahren. Aber wir haben im Wesentlichen, wenn wir uns das hier mal angucken, so halbwegs was Fünffälliges. Das heißt, wir haben alles gesehen, was wir bräuchten beim S&P. Wir haben hier auch ebenfalls das, Pause, das, Pause und das. Das wäre ein abgeschlossener Fünffäller, den wir hätten. Und das lässt ordentlich Platz für eine Korrektur. Unter Umständen sogar sehr viel Platz für eine Korrektur. Die muss aber tatsächlich noch nicht jetzt erfolgen. Also wenn ich jetzt von Gewinnmitnahme spreche, rede ich nicht zwingend davon, dass das den Markt ewig nach unten drückt. Weil ich mir vorstellen kann, dass aus der Begeisterung der jüngsten Bewegung der eine oder andere einfach sagt, naja gut, ich muss da nicht wirklich raus. Ich gehe da einfach jetzt mal kurz provisorisch raus. Es gibt noch andere, die da vielleicht noch sagen, ich ströme dann nochmal nach. Also ich will noch nicht sagen, dass damit ein Riesendrop ausgelöst wird. Aber ein bisschen tiefer dürfte der Kurs durchaus gehen. Ich habe ja schon mal so ein bisschen Marken angezeichnet. Die gleiche Logik könnt ihr auch hier anwenden. Also wenn es im bullischen Bild bleibt, dann irgendwie so in diesem mittleren Bereich. Damit müssen wir rechnen. Aber zumindest mal so ein bisschen, zumindest mal runter. Na gut, das alles klingt sehr unkonkret. Genauer weiß ich es im Moment auch nicht. So richtig für die Short-Seite sprechen mag ich nicht. Warum? Der Markt ist immer noch, zumindest in Amerika, im Steigen. Ja, er hat den Schwung ein bisschen verloren. Und ja, er wird wahrscheinlich die Ziele verloren haben. Weil alle sagen, wir haben doch alles abgearbeitet, was unbedingt sein sollte. Müssen wir jetzt noch höher? Also so häufig sagt man ja, die Vorfreude ist die größte Freude. Wir haben alles jetzt gesehen. Das mag den einen oder anderen dann doch beflügeln. Naja, beflügeln ist vielleicht das falsche Wort. Aber motivieren, sich ein bisschen mehr zurückzuhalten, die Gewinne mitzunehmen und zu sagen, gucken wir mal. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es ergibt sich daraus noch nicht so richtig ein Handelsdruck. Das kann sich in den nächsten Tagen nochmal ändern. Keine Sorge. Wir werden uns das Ganze natürlich trotzdem angucken. Mal schauen, ob man da nicht doch noch das eine oder andere rausholen kann. Euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi bei euren Überlegungen. Und denkt dran, Stopp-Nachziehen ist kein Fehler, denke ich mal. In diesem Sinne euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.